Stellen Sie sich vor, Sie haben ein tolles Produkt oder eine großartige Dienstleistung, aber Sie finden einfach nicht die richtigen Worte, um die Menschen davon zu überzeugen. Die Verkäufe wollen einfach nicht anspringen und die Umsätze kommen nicht aus dem Quark. Da bringen Ihre Kollegen Sie auf eine Idee, es doch einmal mit einem Erklärvideo zu versuchen. Sie rufen also ein paar Profis an und schon nach den ersten Sätzen haben Sie das Gefühl, dass man Sie und Ihr Problem versteht. Nach dem Gespräch haben Ihnen die Profis von der Erklärvideoagentur am nächsten Tag ein Rebriefing geschickt und Sie haben sich nicht getäuscht. Die Leute haben Sie verstanden. Sie erhalten nach zwei Tagen das Treatment für Ihr neues Erklärvideo und sind einfach begeistert. Da hat jemand genau den Punkt getroffen, um den es geht. Und was früher so kompliziert erschien, wird jetzt einfach und verständlich. Sie geben das Manuskript erleichtert frei. Dann bestimmen Sie gemeinsam mit der Agentur den Stil, den Ihr Erklärvideo haben soll. Jetzt wird fünf Tage lang gezeichnet, der Text eingesprochen und beides aufeinander gelegt und zu einem Film verbunden. Tata, der Film ist fertig. Nach nur acht Tagen. Sie präsentieren ihn Ihren Mitarbeitern und die sind einfach nur begeistert. Sie stellen den Film auf Ihre Website ein. In einem YouTube-Kanal. Und in Ihren Social-Media-Profilen. Weil die Profis der Agentur nicht nur Erklärvideo-Experten sind, sondern auch Online-Marketing- und SEO-Spezialisten, wird Ihr Video jetzt auch auf Google gefunden. Das Ergebnis, die Verkäufe ziehen mächtig an. Die Nachfragen steigen. Das Beste zum Schluss. Selbst als Sie die Rechnung bekommen, sind Sie allerbester Laune. Denn der Preis ist schlicht nicht zu unterbieten. Sie haben sich geschworen. Den nächsten Erklärfilm geben Sie wieder bei den Profis in Auftrag. Wenn Sie jetzt glauben, dass sich die Geschichte einfach märchenhaft anhört, dann machen Sie das Märchen wahr. Und schicken Sie uns eine Mail stefan.litwin.lawinenstift.com oder rufen Sie uns an 0171 143 1601.